Ja, ich bin's wieder, Kezuna Ayhara, hier mit meinem Let's Play von Apollo Justice Ace Attorney. Und wir erinnern uns, wir haben die zweite Episode gestartet und... Hmm... Jede Menge ist passiert. Ziemlich skurrile Sachen und vor allem... Ja, vor allem eine neue Art des... Des Kreuzverhörs. Was wir übertrieben geil finden. Jetzt wollen wir aber weitermachen mit dem nächsten Tag. Und ich hab das Gefühl, dass er verdammt schnell zu Ende geht. 16. Juni, 14.23 Uhr, alles Agentur Riot. Was war das nur für ein totales Debakel? Ich bin nur froh, dass wir überhaupt lebendig aus dem Prozess herausgekommen sind. Wirklich? Ich hab mich köstlich amüsiert. Und Wocky hat den Tag ebenfalls überstanden. Alle waren zu sehr vom Höschen besessen, um sich um den richtigen Fall zu kümmern. Aber das war gute Reklame. Wie viele Leute heute wohl zu meiner Vorführung kommen? Du solltest auch kommen, Polly. Ja. Ja. Der unglaubliche Herrhut wird auftreten. Hallo, Leute. Ich werd die ganze Woche hier sein. Die waren die ganze Zeit da. Und waren immer weg. Das reicht, was ihn betrifft. Hallo? Oh Gott, ey. Diese Abkürzung, Fräulein. Vielen Dank für heute. Der Prozess ist gut gelaufen. Ach ja, keine Ursache. Glauben Sie, dass Wocky gut aus der Sache rauskommen wird? Nun, er wurde ja nicht schuldig gesprochen. Noch nicht. Bitte, Sie müssen ihm helfen. Wir sollen im nächsten Monat heiraten. Oh, gratuliere. Bäh, so kann man auch Druck auf einen Mann ausüben. Ja, du armer Mann, du. Lassen Sie mich bitte wissen, ob ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Hm. Zuerst kannst du uns tatsächlich behilflich sein, indem wir uns die Möglichkeit gibst, mit dir ein bisschen zu quatschen. Sind Sie sich sicher, dass die wirklich in die Familie Kitaki einheiraten wollen? Das macht mir nichts aus. Und ich liebe Wocky von ganzem Herzen. Oh, das ist so süß. Es macht Ihnen also nichts aus, dass Sie mit, ähm, der Mafia verheiratet sein werden. Eigentlich nicht. Meine Eltern sind natürlich dagegen. Sieh einer an! Wo haben Sie und Wocky sich eigentlich kennengelernt? Gute Frage. Volontialer sieht nicht, wie jemand aus der Verbindung zu Gangstern pflegt. Oh, wir haben uns kennengelernt, als ich meinen alten Job hatte. Aha, eine Bürobekanntschaft! Hm. Sie wirkt nicht gerade sehr gesprächig, wenn es um sie selbst geht. Was ist sehr cool? Wussten Sie, dass der Boss versucht, sich aus den Geschäften zurückzuziehen? Wirklich? Herki-Taki will aufhören, ein Gangster zu sein? Er versucht, sein Kapital mit einem normalen Firma zu transferieren. Er hat es erst kürzlich bekannt gegeben. Fähig überraschend. Ich habe gehört, dass das unter seinen Leuten für ziemliche Unruhe sorgt. Hm, ich frage mich, ob das dieser Schürze erklärt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wocky damit einverstanden ist. Er ist ganz schön motiviert, nicht wahr? Ähm, das ist wohl nicht ganz der Ausdruck, den ich dafür verwendet hätte. Er sagte, ich werde der nächste Big Boss sein und die Familie am Leben erhalten. Ich glaube, er ist in einem Alter, in dem Jungs eine Duftmarke setzen wollen. Ganz so hätte ich es nicht formuliert. Ja, und gleich schlage ich meinen Kopf gegen die nächste Wand, deswegen war sie so naiv. Sein Vater bewegt sich in vielen Kreisen. Er ist voll aufs Geldmachen konzentriert. Äh, okay. Die Familie Kitaki hat in letzter Zeit mörderische Gewinne verzeichnet. Auch das hätte ich wohl anders formuliert. Aber Pookie sagt, dass es nicht ums Geld geht. Es gilt, die Gangster-Tradition zu bewahren. Oh, eine Gang... Eine Generation-Konflikt. Ein echter Klassiker. Normalerweise sorgt sich der Vater um die Tradition. Ja, stimmt. Hier ist es mal der Sohn. Meine willkommene Abwechslung. Darf ich Ihnen eine Frage zu Pookie stellen? Wie ich gehört habe, wurde er vom Opfer, Dr. Meraktis, operiert? Anscheinend, ja. Ich war vor einem halben Jahr in seiner Klinik. Er hat meinen Opigachi-Papu-Massel-Mund. Und dann hat er mich einfach gehen lassen, ohne ein Wort. Bis die Tage, ciao. Oh, ich musste wieder hin, zu einer anderen Art, damit er mich wieder zusammenflickt. Ja, das kam schrecklich. Pookie hat schon immer gern gekämpft, möchte ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es als Kämpfen gilt, wenn Pistolen im Spiel sind. Staatsanwalt Gavin hat gesagt, dass sein Leben in Gefahr sein könnte. Nicht wahr? Nein, das kann nicht sein. Ich bin mir sicher, dass er uns nur Angst machen wollte. Es ist beängstigend, dass ein Chirurg einen Fehler machen kann. Aber es ist noch beängstigender, wenn er versucht, ihn zu verbergen. Ich wüsste gern mehr über diese Operation. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, der Meraktis-Klinik einen Besuch abzustatten. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Ich übergebe Wookiee in Ihre Hände, Herr Justice. Richtig! Überlassen Sie ihn mir! Apollo! Ich glaube, du machst sie nur noch nervöser. Sorry! Das ist alles neu für mich, okay? Ist schon in Ordnung. Ich glaube an sie. Die Frau ist nett. Ja, ist sie. Einheitlich. Ja, und... Ja, wenn... Wenn alle Ärzte so wie dieser Meraktis waren, dann könnte ich nie wieder, äh... ruhigen Gewissens mich vom Arzt untersuchen lassen. Ach, Strafanstalt. 16. Juni, Strafanstaltbesucherraum. Hm, sieht so aus, als wäre Wookiee beim Verhör. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Wir müssen wohl später nochmal vorbeischauen. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Der andere Verdächtiger ist mit seinem Verhör fertig. Der andere... Ah, Sie meinen den Höschenjäger. Wesley Stickler. Der wurde also auch verhaftet? Kein Wunder, der wurde... Schon vergessen, der wurde des Höschendiebstahls festgenommen. In Ordnung. Dann unterhalten wir uns mal mit Herrn Stickler. Das werde ich noch bereuen. Er ist ein wertvoller Zeuge. Einen gewissen Wert hat er. Das muss ich zugeben. Ja. Bitte machen Sie es kurz, wenn das möglich wäre. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich muss dieses Referat fertig machen. Ja, das sind ja Sie! Herr Stickler, wir müssen uns gerne ein wenig mit... würden uns gerne ein wenig mit Ihnen unterhalten. Boah, jetzt hör auf damit so tun, als wirst du von einem... von Windstoß getroffen. Nun gut, wenn es nicht allzu lange dauert. Nichts würde mich glücklicher machen. Glauben Sie mir! Na ja, aber der kann uns noch mal einiges erklären. Herr Stickler, in der Mordnacht haben Sie... Moment mal, ich habe das Gefühl, Sie verstehen mich nicht richtig. Inwiefern denn? Ja, es stimmt. In jener Nacht habe ich mir ein Hüschen besorgt. Allerdings war es nur meine glühende Neugier, die mich dazu verleitet hat. Ehrlich. Sie wollten den Trick mit meinem Hüschen herausfinden, richtig? Du bist auch hier? Oh, große Trucy, bring es mir bei! Hä? Ich muss das Geheimnis deines Hülchens in Erfahrung bringen. Meine gesamte Existenz hängt davon ab. Bitte, mach mich zu deinem Lehrling. Say what? Apollo, Hilfe! Na ja, ich denke, er würde einen reizenden Assistenten abgeben. Danke, Apollo. Herzlichen Dank auch. Gerne. Könnten Sie uns noch mal erzählen, was Sie in der Mordnacht gesehen haben? Warum nicht? Auch wenn es kaum von meiner Aussage vor Gerücht abweichen wird. Der Angeklagte war in jener Nacht im Park. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Er hatte eine Pistole oder so etwas auf das Opfer gerichtet. Da habe ich gerufen, hören Sie auf, lassen Sie uns das wie Ehrenleute regeln. Und im nächsten Moment ist ein Schuss gefallen. Und das stimmt alles? Wirklich? Mein Hüschen ist weg. Mein Innerstes wurde nach außen gekehrt. Welchen Grund sollte ich haben, jetzt noch zu lügen? Was sollte er wohl noch mehr verheimlichen wollen, als seine Hüschenjagd? Es klingt so, als wäre Wocky trotzdem am Tatort gewesen. Wie ich mir doch wünschte, dass dem nicht so gewesen wäre. Ja, und das war es auch schon wieder mit dem lieben Herrn Hüschenjäger. Mehr brauchen wir auch nicht von ihm. Ähm, als nächstes gehen wir mal ins Anwesen der Kitakis. 16. Juni Kitaki Anwesen Herrje, sie ist wieder da. Och, wieso Herrje? Die ist doch nett. Hey, ihr zwei, da drüben! Äh, wir? Oh, little Plum, was geht ab? Diese ganze Gangster-Sache nimmt eindeutig schlechten Einfluss auf Trucy. Ich hab gehört, ihr habt mein Hüschen gefunden. Nun, ich hab... Pah, ein echter Mann spricht deutlich und lässt sich feiern, wenn er es verdient. Ihr habt den Dieb geschnappt, nicht wahr? Ja, tu mir leid! Ich hab ihn geschnappt! Du bist süß, wenn du nervös bist, Polly. Mit dir befasse ich mich später. Obwohl Trucy recht hat. Genug jetzt mit dem Hüschen. Hier steht es um meinen Sohn Wocky. Wocky? Äh, nun deutlich! Äh, ihr? Wir haben gelacht! Wusstest du schon, warum ich es vermeiden wollte, doch mal hierher zu kommen? Ja, aber wir müssen nur mal mit ihr sprechen. Sie ist halt die Mutter des Angeklagten. Es ist wirklich so, wie man... Wie man sich den Boss ein... Wie man sich den Sohn eines Bosses vorstellt. Ich werde ein echter Gangster-Kumpel! In dem Alter wirkt das Gangster-Leben anziehend. Sonders für Jungs. Was? Schau mich nicht so an! Vor etwa sechs Monaten wurde er in einem Revierkampf angeschossen. Ja, Wocky hat uns davon erzählt. Aber er hat euch sicher nicht die ganze Geschichte erzählt. Wisst ihr, obwohl er damals eine Pistole hatte, hätte er niemandem was tun können. Was? Er tut so hart, aber er könnte niemandem was tun, selbst wenn es um sein Leben ginge. Ich weiß es. Ich bin schließlich seine Mutter. Sie meint, was sie sagt. Wenn das alles vorbei ist, können er und der Boss hoffentlich ihren Streit begraben. Der Boss? Sie meinen Wockys Vater? Sie machen keinen besonders harmonischen Eindruck, nicht wahr? Naja. Das stimmt. Einer unserer Pistolen fehlt. Die Mordwaffe kommt also von ihrem Anwesen. Das haben wir uns gedacht, denn es ist heutzutage schwer, an eine Waffe heranzukommen. Unser einfaches Fußvolk hat keinen Zugang zu Schusswaffen. Nur der Boss, eine Wenigkeit und Wocky hätte sie nehmen können. Ich verstehe. Ich bin sicher, dass sich die Bullen weiter überall auf dem Anwesen rumtreiben werden. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass sich was ändern muss. Ha 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 ha. Er wirkt jedenfalls nicht allzu besorgt. Hm. Schön. Ja, Wockys Verlobte. Sie heiratet nächsten Monat, nicht wahr? Sieht so aus. Sie hat hier in letzter Zeit die eine oder andere Nacht verbracht. Sie wirkt nicht gerade glücklich darüber, Little Plum. Wie kommst du drauf? Das ist sogar mir aufgefallen. Hm. Trolleloll. Man muss aber auch schon blind sein, um das nicht zu merken. Könnten Sie uns mehr darüber sagen? Wocky hat sie eines Tages mit nach Hause gebracht. Hat gesagt, er will sie heiraten. Kann ich verstehen. Sie ist ja auch sehr hübsch. Oh, das ist sie. Aber wisst ihr... Ach, ich bin einfach nur misstrauisch. Wenn man so lange im Geschäft ist, dann sieht man irgendwann nur noch das Schlechte in den Menschen. Man bekommt eine Nase dafür. Eine Nase für Menschen. Eine Nase für Ärger. Hm. Was könnte das Problem sein? Eine gangstisch spezifische Version weiblicher Intuition. Danke, Trucy, für die nette Übersetzung. Auch wenn der Boss hart mit ihm umgeht. Der Junge bedeutet ihm alles. Aber Wocky scheint... Hm. Er scheint, als sei er gegen seinen Vater. Ah, das ist ganz normal. Wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase. Wir wollen den Weg des Schatten verlassen und uns den ehrlichen Geschäft zu binden. Wocky ist von dieser Sache nicht sonderlich begeistert. Das ist wahr. Aber warum dieser Wandel? Zahlt sich das Gangster-Dasein denn nicht mehr aus? Woh! Das tut es. Aber im Moment brauchen wir viel Geld. Sauberes Geld, meine ich. Ich verstehe. Hm, da ist was im Busch. Er sieht die Dinge genauso wie der Boss. Irgendwann. Also stimmt es, was Anita gesagt hat. Die wollen tatsächlich... Ähm... ...mit ihrem Gangster-Dasein aufhören. Stellt sich nur die Frage, warum? Was ist der Grund davon? Naja, untersuchen wir doch mal diesen Mülleimer. Dieser Mülleimer! Da haben wir den Später gefunden! Denk doch mal nach. War da nicht noch was anderes drin? Passt ganz am Boden? Guck mal, die Farbe da! Das bedeutet... Die sind nach dem Unfall hier gelandet. Gleich hängt das zusammen. Nehmen wir sie mit! Vor allem, was ich auch so logisch finde. Zuerst konnten wir nicht beide Sachen mitnehmen. Aber jetzt geht's auf einmal. Etwa wegen dem Höschen oder was? Ah, Logik. Wo ist unsere Logik? Ähm... Wo gehen wir als nächstes hin? Ach genau, zu Eldun. Bericht erstatten. No! Doch! 16. Juni, Elduns Haus. Hey, da ist Herr Eldun! Hallo, Herr Eldun! Alles in Ordnung? So, ihr habt also meinen Stand gefunden. Deshalb bin ich hier, um euch zu danken. Ah! Jetzt ist es ein Tatort, umso gehen wir mir nicht wieder zurück. Deshalb bin ich hier. Es gibt keinen Ort, wo ich sonst hin kann. Ah, verstehe. Wie kann ein Nudelstand ein Tatort sein? Nein, das verstehe ich einfach nicht, Lucy Püppchen. Sogar im Tode noch. Will er mir an den Kragen. Das schwöre ich dir. Ah! Nicht mal richtige Nudeln kann ich kochen. Er? Sogar im Tode. Meinen Sie etwa das Opfer, Dr. Meraktes? Genau den. Es reicht aus, um einen Mann so weit zu bringen, seine Suppe noch kräftiger zu salzen. Ich sollte seine Nudeln besser nicht essen, wenn er schlechte Laune hat. Ja, am Ende werden wir noch von dem Salz vergiftet. Hm. Dieser Stand. Für viele Generationen haben die Elduns ihr beste Nudeln serviert. Eine Tradition aus Nudeln und Salzbrühe ist mehr als nur ein Stand. Es ist ein Stück Geschichte. Pass auf, was du sagst. Es könnte wahr sein. Das ist eine großartige Geschichte, Herr Eldun. Ein Stand, der von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Na ganz ehrlich. Ich hätte eigentlich ganz andere Pläne. Das ist richtig. Sie haben davon erzählt. Sie hatten sich gegen ihren Alten gestellt. Nicht wahr? Gutes Gedächtnis, Lucy Püppchen. Ja, ich war damals ein Draufgänger. Bis sich mein Freund von jemandem einmischte. Am Ende bleibt mir nur noch dieser alte, staubige Stand zum Leben. Herr Eldun, ich möchte nicht neugierig sein. Aber was genau haben Sie gemacht, bevor Sie Koch geworden sind? Ach. Man sollte Alte Nudeln ruhen lassen. Das ist mein Motto. Ich glaube, ich weiß trotzdem langsam, was er war. Er hat mich meiner Träume beraubt und mir blieb nichts als Nudeln. Jetzt hab ich nicht mal mehr die. Armer Junge. Herr Eldun, darf ich Sie etwas fragen? Was genau ist eigentlich zwischen Ihnen und der Meraktisklinik vorgefallen? Hä? Äh! Ich habe unweigerlich eine gewisse Feindschaft bemerkt. Feindschaft? Ich hasse ihn! Grr! Gehasst! Er tat immer so, als dürfte er nach Rosen, wenn er im Dreck steckte. Wie bitte? Er ist der einzige Arzt in dieser Klinik. Ziemlich beeindruckend. Nicht. Ein Erfolgsgeheimnis. Die Banden. Die Gangs. Sie meinen die Familie Kitaki? Sie haben immer einen ihrer Revierkämpfe. Oder was weiß ich. Immer ein paar Verletzungen zu behandeln. Die Praktis wittert also ein gutes Geschäft. Dann macht in der Familie Kitaki ein gutes Angebot. Ein Angebot? Jede fünfte Operation kostenlos. Klaut die Idee für meinen Alten. Sein Motto, eine Schale Nudeln gratis pro Woche. Kann ein Arzt sowas einfach tun? Und was ist mit den Versicherungen? Oh, ist natürlich illegal. Aber er macht sich damit bei der Familie beliebt. Schon bald machte das ganze Geschäft der Stadt. Und ich blieb hier. Dunkel. Bis zumal zum schlappringen Nudeln. Ich glaube, ich weiß jetzt über Herr Elduns ehemalige Beschäftigung Bescheid. Fragen kostet nichts, Apollo. Ja, also machen wir. Herr Eldun. Oder sollte ich sagen, Doktor Eldun. Wir wissen Bescheid, nicht wahr? Das ist richtig. Ich war Arzt. Chirurg. Bis vorletztes Jahr. Herr Meirent, das war also ihr Konkurrent? Sie kennen doch die Zwiebeln, die immer in der Suppenbrühe schwimmen. Äh, ja. Ich denke, ich weiß, was Sie meinen. Nehmen einen Löffel voll Brühe. Trinken davon. Diese Zwiebel trinken Sie mit. Für diejenigen, die es mögen, ist das okay. Für diejenigen, die es hassen. Ich hasse Zwiebeln. Hasse sie! Die schlüpfen immer seitlich rein. Vermiesen den guten Geschmack der Brühe. Nun, so war er. Eine Zwiebel. Bin immer Zwiebelbubi genannt. Toll. Also, sie waren nicht die dicksten Freunde. Ha! Ich und Palme Raktis. Seit der Vorschule haben wir uns in den Arm gelegen. Egal, was ich getan habe, hat er es immer nachgemacht. Nur machte er es dann besser als ich und ließ mich einfachliches Liegen. Verstehe. Stimmt. Wissen Sie, ich war Chirurg. Schon lange vor ihm. Dann kam dieser nichtsnussige Zwiebelbubi daher. Nun, Trussi, sieht so aus, als hätten wir einen neuen Verdächtigen gefunden. Das kann nicht sein! Dank ihm musste ich meinen Skalpell gegen einen Schöpfkäppel tauschen. Tut mir leid, Junge. Wollt Sie nicht mit dem Geschwitz eines Alten belasten? Nein, das ist schon okay. Warte, Entschuldigung. Wenn Sie Probleme haben, kommen Sie mal vorbei. Hä? Sie ermitteln doch im Fall Meraktis, nicht wahr? Ja. Ich rate ihn. Wenn Sie was über einen Arzt wissen wollen, dann fragen Sie einen Arzt. Wenn du was brauchst, kommen Sie zu mir, Trussi Pöpchen. Okay, danke, Heldun. Hm, ich denke, es war doch keine Zeitverschwendung, seinem Geschwätz zuzuhören. Oh ja, sein fachmedizinisches Wissen könnte uns später nochmal nützlich sein. Nochmal ganz kurz etwas untersuchen. Ich meine, es war hier das Polizeiauto. Vor der Meraktis-Klinik parkt ein Polizeiauto. Niemand drin. Die Polizisten ermitteln bestimmt in der Klinik. Niemand sprechen wohl die Tür, oder? Vor der Eingang in der Meraktisklinik. Die Hauswand und die Posten sind so stark poliert, dass ich mich darin sehe. Moment. Meine Friseur ist zum Platz. Okay, perfekt. Das war gut. Schön die Frisur richten. Nun, wir müssen diese Klinik untersuchen. So viel steht fest. Ja, aber was ist mit dem Wachmann? Fragen kosten nichts. Äh, entschuldigen Sie? Hey, das seid doch ihr beide von gestern. Das ist der gleiche Polizist, der gestern vor dem Park stand. Ihr habt den Park zu tun, oder? Die Klinik ist tabu. Sie hat mit der Sache nichts zu tun. Aber? Was ist ein Tabu so schwer zu verstehen? Beweisen wir erst, dass die Klinik mit dem Vorfall in Park in Verbindung steht. Fragen kostet nichts, macht aber auch nichts. Ja, rumzuhängen ist voran eine Zeitverschwendung. Ja, leider. Und hier gibt es auch nichts mehr zu tun. Und ich sage erst mal kurz Pause und dann geht es weiter. Servus. Ciao. Ciao. Ciao.